Hi Leute und willkommen zu Resident Evil 4, dem Remake. Wir haben ein DLC bekommen. Ja, was soll man sagen? Wir dürfen Ada spielen. Sehr, sehr nice. Wir bekommen eine kleine Story mit ihr. Und die schauen wir uns jetzt direkt mal an. Ja, was soll man sagen? Ja, was soll man sagen? Der nächste Tanz gehört wohl mir. So beendet man doch keinen Tanz. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lasse mich nicht gern bedrängen. Und ja, genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein, der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Oh, Junge. Okay. Ein Stück. Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Okay. Warte, warte, warte. Steuerung. Steuerung, wie ihr klarkommt. Es wird nichts. Wenn wir gegen den Boss kämpfen, ist es vorbei. Ja, sieht nice aus. Ähm, DLC 999. Also wird es nicht so lange gehen? Ähm. Hast du ein Messer? Nein, hast du nicht. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Sie suchen nach uns. Das ging schnell. Aber wir umgehen sie. Okay? Alles klar. Okay. Oh Gott. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein. Sorry, aber ich lasse doch eine Lady nicht allein. Und tschüss. Das war so klar gerade. Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Ja, die schafft jeden Boss schneller als wir. Doch nicht. Doch nicht. Mh. Bäh. Nicht schlecht. Aber das wird nicht reichen. Ähm. Aus. Nö, 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 nö. Okay. Er läuft mir also nur blöde hinterher. Aui. Ich hab vergessen, dass in Resident... Der Resident Evil Welt alle Charaktere zu blöd sind. Richtig zu dodgen. Super. Das würde ich auch gerne wissen. Ähm. Moment. Warum gibt's... Ich fange mal ein bisschen mehr von ihm. What the hell? Ähm. Hallo? Danke. Ab dich. Komm noch. Da gibt's noch mehr von ihm. Ich verraschte. Hä? Ich wollte mir jetzt hier nicht den Finger drinnen am Controller. Ah. Können wir... Können wir... Können wir mal kuscheln? Wie viele gibt's von euch? Hallo? Äh. 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 Okay, 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 okay. Äh. 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 Okay, 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 okay. Also keine Ahnung, was passiert ist. Warum es auf einmal angefangen hat zu brennen, weil wir so einmal Illusionen da waren. Aber ich habe auf jeden Fall geschafft, die ganze Munition näher zu schießen. Okay, doch nicht. Hä? Also komplett nicht verstanden, den Kampf. Aber okay. Oh, Ada. Dann sag doch vorher was. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch herausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. Ui. Okay, da muss ich hin. Bleib auf den Dächern. Du hast die Ausrüstung. Mhm. 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 Aha, aha. Okay. Ja. Ja. Und vergiss nicht. Der Bernstein hat bei dieser Mission oberste Priorität. Hol ihn und bring ihn zu mir. Keine Umwege. Verstanden. Aber ein bisschen Zeit. Ding wird doch erlaubt sein. Ding wird doch erlaubt sein. Ja. 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 Wir bekommen Geld. Das heißt, wir bekommen auch einen Shop. Ja, ja, kann ich. Lass es mal erst in Ruhe hier rumsneaken. Äh, vielleicht auch nicht. Hm. Äh, wir gehen das jetzt noch mal herstellen. Okay. Ich kann da hoch. Ich kann da hoch. Okay. Oh ja, da kommt wieder ein richtig schönes Spielgefühl auf. Und wir bekommen auch Schätze. Ja, nice. Okay. Ich nehme an, nach oben ist einfach nur so, um sich einen Überblick zu verschaffen. Was ich gucke, ist die Viecher da. Ob man die abknallen muss vielleicht. Aber da kommen wir, glaube ich, ja nicht hoch. Deshalb lassen wir das. Halt für Money oder Schätze. Danach müssen wir so ein bisschen gucken. Ähm. Ähm. Okay. Da ist näher ein Zoo, oder? Dann gehen wir da hoch, da rum. Also unten ist nochmal ein anderer Weg. Oder? So ist es nicht. Ne. Ich will doch keine Schießerei anfangen. Ich habe doch kein Eben. Hm. Ja, wir gehen jetzt unten. Gucken, was unten los ist. Wir machen auch ein bisschen schneller. Das ist für die kaputten Klamotten. Ah, doch. Man kommt über die Seite hoch. Okay, okay, okay. Ähm. Okay, mein Main-Messer hat nur noch Hälfte-Haltbarkeit. Ausrüsten. Und es gibt halt auch Edelsteine. Oder die waren einfach zu faul, das Shop-Menü wegzumachen, die Anzeige davon. Mal gucken. Es wäre schon cool, wenn man mit Eder einfach Oh. Ähm. Einen Raketenwerfer oder eine Panzerfaust kaufen könnte. Ah, okay, okay. Es geht doch hier auch weiter. Okay. Probieren wir unser... Okay. 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 Was ist das? Das wird mir zu heiß. Ich muss die Katapulte ausschalten. Ähm, achso. Ich hab geblockt, du Stück. Das merke ich mir. Ich hab blocken gedrückt, das ging nicht. Ich mein, das ist meine eigene Schuld, wenn ich Krach mache. Oder... Ich würde zu dir hochkommen, aber das geben lässt sich nicht. Warte. Warte. Jetzt. Ich hab wieder ge... Hallo? Im... Okay, hätte ich gewusst, dass du so eskaliert, hätte ich da nicht drauf geschossen. Ich brenne oder so. Wahrscheinlich hätte man auch alles ruhig machen können. Aber... Aber... Nee, nee. Bleib mal liegen. Hallo? Spielt weg. Danke. Aui. Bitte nicht auf mich schießen. Danke. Hm. Bis dahin. die habe ich gar kein problem mit nein und das hier auch nein schade das hätten wir noch wer das ist mein Loot zweimal Loot, wollte ich mir verarschen man, hat sich ja gar nicht gelohnt das Ding dreimal, okay viermal, also Münzen wenn ich das Ding hochfahre und Krach schlage geht da richtig die Luzi ab und dann kommen die Leute an und lassen es schön ah, ist doch mehr gut als ich gedacht habe okay sie verarscht mich okay aha okay ansonsten ist hier weit ein großes nichts das Spiel ist nicht mehr spannend du kannst aufhören Musik zu machen also das Spiel tut immer noch so als 30 Mann hinter mir her wären aber okay ja ja könnt ihr das lassen Ja, natürlich. Bleib so kurz stehen. Ich hab vergessen, das Zielferienrohr drauf zu machen. Und ich hab vergessen, dass diese Scheißwaffen irgendwie richtig krass Damage machen. Warte. Ähm, Menü? Dahin. Äh, das Zielferienrohr nehmen. Zubehör. Ja, und jetzt müsste es drauf sein. Oh Gott. Ach, ich. Oh je. Natürlich. Bleib unten. Erwischt. Ich hab doch kein Aim. Lass das. Ich hab auch keine Ahnung, ob das richtig ist, dass wir jetzt hier ballern müssen. Ähm, Schießpulver herstellen. Gewehr-Money. Die werden mich aber eigentlich nicht mehr nerven, ne? Ist ja nur noch jetzt der eine. So. So. Nehmt's nicht persönlich. Nehmt's nicht persönlich. Nehmt's nicht persönlich. Äh. Okay. Alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Fast geschafft! Fast geschafft! Fast geschafft! Fast geschafft! Fast geschafft! Fast geschafft! Fast geschafft!